Ein neues Parlament, eine Oper, weitläufige Parks und ein Präsidentenpalast. 50 Kilometer östlich von Kairo, der Hauptstadt Ägyptens, entsteht mitten in der Wüste eine Megacity. Die neue Verwaltungshauptstadt ist kein Ersatz für Kairo. Kairo bleibt die politische Hauptstadt Ägyptens mit ihrer mehr als tausendjährigen Geschichte. Die neue Hauptstadt ist eine organisierte und gut geplante Erweiterung Kairos mit einer smarten Infrastruktur. Es ist die erste Smart City in Ägypten und sie wird die Verbindung zwischen Legislative und Exekutive. Umgerechnet gut 40 Milliarden Euro kostet das Projekt, mit dem der autoritär regierende Präsident Abdel Fattah al-Sisi auch das Problem der Überbevölkerung in Kairo angehen will. Über 20 Millionen Menschen leben in der Metropole. Ob sich ein bedeutender Teil der Ägypter allerdings einen Umzug in die glänzende neue Hauptstadt leisten kann, ist fraglich. Da dieses Investitionsprojekt nicht vom Staat unterstützt wird, werden diejenigen in der neuen Stadt wohnen, die die nötigen finanziellen Mittel haben. Und wer die Mittel nicht hat, wird dort auch nicht wohnen. Das ist völlig normal. Immerhin rund jeder Dritte der gut 100 Millionen Ägypter lebt in Armut. Der Kauf einer Wohnung in der neuen Hauptstadt wird für sie wohl keine Option sein. Die Preise für Wohnungen und Villen übersteigen die Mittel der meisten Bürger. Wenn es also das Hauptziel der neuen Hauptstadt ist, 6 Millionen Menschen ein Zuhause zu bieten, von welchen Menschen reden wir? Das ist ... Vielen Dank.